So Freunde, Silvester und Turt! Du bist aus Holland, aber Importerschiene halt, ne? Guck mal. Da müssen wir mal gucken, wo der Anfang ist. Du, ein paar Feuerzeuge mit reinhalten. Ja, bestimmt. Und ich hab Schmerzen. Nee, ist doch das Band. Komm, wir legen die dort vorne innen und dann klappen wir die aus. Ja, ich freu mal auf den Scheiß. Hier, Don, hol ab. Ja, ich bin bewusst. Ja. Ja. Oh Gott. Hu, hu, hu. Ja. 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 Na ja. 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 Ja, ja. Ja. Ohohoho, Pilete, mein Arsch! So, jetzt noch mal ein paar schöne Cracklingbeams vom Führerland. Boah, ich muss schmeißen! Kippo, lad! Boah, Alter, meine Eier gerade! Ohohohohoho, meine Presse! Junge, Junge, ey! Die Gassomile letztes Jahr! Die Gassomile! Ohohohohoho, die Gassomile! Alter! Oh, Dinger! Ja! Der sieht schon aus! Warten alle! Ein Kurvenrenner, mega geil! Wie vor dem Rad, ne? Der hat dir gefallen! Ey, ich... Ohohohohohoho! Hier! Color Report! Von Albus! Was ist denn das? Hat er vielleicht eine Stimmung? Ne, der will nicht! Abruca oder Abruca? Abruca! 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 Scheiße, ich habe Angst! Wir müssen ein bisschen in Deckung gehen! Jetzt kommen die Teilen, Börder 500! So, jetzt ist hier eine Teppich-Aktion, oder was? Ja. Was ist denn da für welche? Los da. Oh, man kriegt nur den laut. Ja, man kriegt nur den laut. So, irgendetwas ist hier. Warte, 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 warte. Hau, au, was gut geht. Lasst sie mal erst. So, wart ihr alle? Feuer frei, los, los, los. Das wird geballert! Ja, ja! Wuhu! Für den Rest war! Das war jetzt eine ganze Schachtel. Mehr als eine ganze Schachtel. Mehr als eine anderthalb. Mehr als eine anderthalb. Double Flash. Weg hoch. Könnt ihr mal sehen. Das läuft nicht. 4x4. Extreme. Wie viel Gramm? 2. 1,9. 1,9 Gramm. Junge, Junge. Die sind so ein Jahr lang. Leute, niemals den Kopf rüber halten. Ja. Ja. Sonst. Ich hab das durch. Krieg dir Zahnschmerzen her. Meine ganze Fresse war im Arsch. Ja. Ja. Und nochmal. Geile Teile. So nett wie die sind. Ja. 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 Ja, das war ein Punkt. hey wie der kalt ist xD 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 Untertitelung des ZDF, 2020 BKS-Alpha-Bombenrohr. Zweimal BKS-One-Bombenrohr vom Pyroland. BKS-Alpha-Bombenrohr. 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 BKS-Alpha. Freunde, Knallkörper von Veko mit extra lautem Knall, beste Charge, die wir bisher hatten. Obacht. So, jetzt gibt es mal was auf die Ohren, schön, dreimal BKS7 von Pyruland. Warte, warte, warte. Da sind die anderen Beine. Hab geht das. Junge, 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 ey, ist das geil. Das waren jetzt nur zwei, ne? Ja, einer wurde verkackt. Weck mal. Nochmal BKS7. Die Schämmern, Alter. Die Schämmern, Alter. Die Schämmern, Alter. Deutscher. Die Schämmern, Alter. Die Schämmern. Untertitelung des ZDF, 2020